Die Aufgabenstellung ganz klar, drei gelbe Steine liegen im Haus, aber wenn ihn an die Schwaller, wenn ihn einen besser liegen kann, hier schön in die Mitte zu legen, ins Zentrum, er muss nur irgendwie den roten Zielkreis berühren, dann ist die Schweiz Europameister. Und das wäre doch hier der Hammer im eigenen Stadion. Spannung pur, Europameister Schweiz oder Europameister Schottland. Er hat nahezu alle Steine gebracht, 95% seiner Trance gebracht, jetzt muss aber auch hier diese Linge stimmen. Jetzt müssen Sie aufpassen, der sieht gut aus. Jetzt aufpassen, und das sieht sehr gut aus, ich glaube, das ist es für die Schweiz, Sie sind Europameister. Was für Bilder, die wollen wir Ihnen noch gerne zeigen hier. Endlich der Titel für die Schweiz, und hier kocht das Stadion. Jube-Szenen. Gratulation natürlich an das Team um an die Schwaller, aber auch für ein sensationelles Spiel an die Schotten. Wir haben ein absolut hochklassiges EM-Finale gesehen. Uli Kapp und Christopher Bartsch hätten es sich nicht besser wünschen können. Die Schilder sind die Sch platz, die Schwe-Lüge der Schwaller sind. Zeigern ist das, die Schrauber sind genauso wichtig. Gehrer sind die Schreckung an die Schranker, denn die Schleimherer sind die Schrauber sind. Das war übrigens auch für ein bisschen besser, und das ist es auch für die Schrauber. Ich bin ein sehr wohlführend, wie ein Schrauber sind. was wir gemacht haben, dass wir die Schrauber sind gegen die Schrauber sind. Vielen Dank.